Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir zwei Tarotkarten und schauen uns die Bedeutung an. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Vage, heute stehst du vor einem Dilemma, ob du dich auf einen Konflikt einlassen oder den Frieden suchen sollst. Deine sensible und weibliche Seite drängt dich vielleicht in die eine Richtung, während deine männliche und kämpferische Seite dich in die andere drängt. Wichtig ist, dass du impulsive Handlungen vermeidest und aus einer neutralen Position heraus reagierst, anstatt dich von der Aggression eines anderen Menschen anstecken zu lassen. Obwohl du im Allgemeinen ein gutes Gespür dafür hast, wo du hin willst, neigst du dazu, deine Ziele zu verinnerlichen und dich von wertvoller Unterstützung zu isolieren. Erwäge, aus deiner Komfortzone herauszutreten, indem du ein selbstgekochtes Essen zubereitest und die Menschen, mit denen du zusammenlebst, einlädst, an deinem geheimen Leben teilzuhaben. Anfangs mag es sich einschüchternd anfühlen, aber wenn du dich ihnen gegenüber öffnest, wird eine tiefere Verbindung entstehen, die die kommenden Tage und Wochen wärmer und erfüllender macht. Wenn du diese Verletzlichkeit annimmst, lass das Essen, das du kochst, ein Spiegelbild deines wahren Selbstsein, ein Ausdruck dessen, wer du bist. Deine Flexibilität wird heute eine entscheidende Rolle in deinen beruflichen Unternehmungen spielen. Deine Fähigkeit, dich an verschiedene Situationen anzupassen und mühelos zwischen verschiedenen Rollen zu wechseln, wird entscheidend für deinen Erfolg sein. Vertraue auf deinen Instinkt, wenn es darum geht, deine Position und deine Aufgaben in verschiedenen Situationen zu erkennen. Unter der aktuellen Astralenergie solltest du dich beeindruckend kleiden, wenn du heute Abend die Gelegenheit hast, deinen Geliebten zu treffen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich eure Herzen und Gedanken auf wunderbare Weise treffen und ihr eine tiefe Verbundenheit und ein gemeinsames Verständnis empfinden werdet. Diese Begegnung wird nicht nur eure Bindung in der Gegenwart festigen, sondern auch das Versprechen auf weiteres Wachstum und Aufblühen eurer Beziehung geben. Nimm dir die Zeit für einen romantischen Spaziergang am Meer oder genieß das bezaubernde Licht des Mondes. Wenn Mars heute in die Jungfrau und Merkur in den Löwen eintritt, bieten dir die Planetenverschiebungen eine wertvolle Gelegenheit zur Selbstbetrachtung und Selbstreflexion. Nutze diese Gelegenheit, um verdrängte Themen oder ungelöste Gefühle anzusprechen, die du vielleicht bisher vermieden hast. Offene und ehrliche Gespräche über deine Gefühle mit anderen können sehr heilsam und belebend sein. Denke daran, dass diese Energie real ist und wir alle oft Tränen, Gefühle und Unsicherheiten zurückhalten, die losgelassen werden müssen. Nimm diese transformative Energie an, lass alle Hemmungen los und erlaube dir, emotionales Wachstum und Befreiung zu erfahren. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Zwei der Kelche verkörpert die Kraft der Verbindung, der Liebe und der harmonischen Vereinigung zwischen zwei Seelen. Das Bild zeigt zwei Personen, oft einen Mann und eine Frau, die einen Kelch tauschen und damit eine tiefe emotionale Bindung und das Potenzial für eine seelenvolle Verbindung symbolisieren. Wenn die Zwei der Kelche in einer Deutung auftaucht, bedeutet das eine Zeit gegenseitiger Liebe, tiefer Verbundenheit und die Aufforderung, sich auf harmonische Partnerschaften einzulassen. Heute ist ein Tag, an dem du dein Herz für bedeutungsvolle Beziehungen öffnen, liebevolle Verbindungen pflegen und die Schönheit gemeinsamer Gefühle feiern kannst. Die Zwei der Kelche lädt dich ein, die Kraft der Liebe, der Gegenseitigkeit und harmonischer Partnerschaften zu nutzen. Sie erinnert dich daran, dass du tiefe Freude und Erfüllung in deinen Beziehungen erfahren kannst, wenn du dich für authentische Beziehungen öffnest, gegenseitigen Respekt zeigst und emotionale Intimität pflegst. Heute leiten dich die Energien der Zwei der Kelche dazu an, Harmonie und Gleichgewicht in deinen Beziehungen zu suchen. Mach dir die Schönheit des Gebens und Nehmens zu eigen, übe dich im aktiven Zuhören und sei präsent mit deinen Lieben. Indem du das emotionale Wohlbefinden von dir und anderen pflegst, kannst du eine solide Grundlage für dauerhafte und erfüllende Partnerschaften schaffen. Denke daran, dass die Zwei der Kelche für eine Zeit der Verbindung, der Liebe und harmonischer Partnerschaften steht. Lass dich auf diese transformative Energie ein, denn du weißt, dass du tiefe Freude, Erfüllung und seelenvolle Verbindungen erleben kannst, wenn du dein Herz öffnest, bedeutungsvolle Beziehungen pflegst und die Schönheit emotionaler Bindungen anerkennst. Die Gerechtigkeit verkörpert die Prinzipien von Fairness, Integrität und dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung. Ihr Bild stellt die Waage dar und symbolisiert das Streben nach Wahrheit, moralische Entscheidungen und die Konsequenzen unseres Handelns. Wenn die Gerechtigkeit in einer Deutung auftaucht, bedeutet das, dass wir nach der Wahrheit suchen, faire Entscheidungen treffen und ernten, was wir gesät haben. Heute ist ein Tag, an dem du dir das Konzept der Gerechtigkeit in seinen verschiedenen Formen zu eigen machen und dein Handeln mit deinen Werten in Einklang bringen solltest. Die Gerechtigkeit erinnert dich daran, die Konsequenzen deiner Entscheidungen und Handlungen zu bedenken. Sie fordert dich auf, die Wahrheit zu suchen, nicht nur in der äußeren Welt, sondern auch in dir selbst. Richte deine Entscheidungen auf Fairness, Ehrlichkeit und das Allgemeinwohl aus. Heute leiten dich die Energien der Gerechtigkeit dazu an, ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Strebe nach Ausgewogenheit in deinen Beziehungen, bei deiner Arbeit und in deiner eigenen inneren Harmonie. Lass alle Voreingenommenheiten und Vorurteile hinter dir und gehe objektiv und unvoreingenommen an Situationen heran. Denke daran, dass die Gerechtigkeit für eine Zeit steht, in der du nach Gleichgewicht und Fairness suchst. Mach dir die Prinzipien der Gerechtigkeit in allen Bereichen deines Lebens zu eigen und behandle andere mit Respekt und Einfühlungsvermögen. Indem du dich nach dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung richtest, kannst du Harmonie und positive Veränderungen schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald! Bis bald!